Hallo und willkommen zu einem neuen Video von The Soundfile aus den Amazing Sound Studios und heute wollen wir mal über ein HiFi Thema sprechen und zwar über ein Thema was in letzter Zeit in aller Munde ist und das heißt Rune. Es gibt ja viele Geräte die teilweise inzwischen schon nur noch mit Rune betreiben lassen. Also Grund genug für uns mal anzugucken was ist es denn wirklich. In Verbindung gebracht wird Rune landläufig mit Streaming. Natürlich das greift aber so ein bisschen zu kurz weil einerseits kann Rune sehr viel mehr als streamen und andererseits bietet Rune selbst überhaupt keine Streaming Inhalte an. Was Rune noch nicht ist, ist umsonst leider. Rune kostet Geld und zwar gar nicht so wenig. Die Kosten liegen momentan bei 14,99 Dollar im Monat oder ca. 825 Dollar für eine Lifetime Lizenz. Wenn man dann bedenkt, dass die Kosten für einen Streaming Anbieter im Moment werden Q-Bus und Tidal unterstützt auch noch obendrauf kommen, ist das wirklich gar nicht so wenig und man sollte sich überlegen ob sich das für einen selbst lohnt und wo denn der Mehrwert ist. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an und zwar ist Rune wie schon gesagt wesentlich mehr als eine Streaming Plattform. Rune organisiert nämlich euren ganzen digitalen Content und zwar völlig egal wo der ist. Also der kann auf einem NAS Laufwerk sein, der kann auf eurer lokalen Festplatte im Computer sein, auf der einen oder auf der anderen, der kann von Q-Bus kommen, der kann von Tidal kommen. Völlig wurscht, wenn ihr einen Titel sucht. Rune wird ihn finden und organisiert all diese Inhalte für euch unter einer einzigen Oberfläche. Der nächste positive Faktor ist, dass Rune sehr sehr eng mit einer ganzen Vielzahl von Herstellern zusammenarbeitet. Kann man auf der Rune Webseite nachschauen. Das ist wirklich das Who-is-Who der HiFi-Industrie arbeitet mit Rune zusammen. Ja und was soll das? Warum zusammenarbeiten? Ja es ist tatsächlich so, dass Rune sehr viel Wert auf beste Audioqualität legt und da auch wirklich eine gute audiofiele Integration bietet. Von der Grundorganisation her benötigt Rune, damit es überhaupt lauffähig ist, einen sogenannten Rune Core. Das ist also quasi ein Prozessor, der die Rune Funktionalität bereitstellt. Das kann ein lokaler Rechner sein. Den gibt es auch von Rune selber. Das ist der Rune Nucleus. Das ist quasi ein Rune Core. Den kann man ausstatten mit einer internen Festplatte. Der hat einen leistungsfähigen Prozessor, der auch DSP-Funktionen bereitstellt. Der kann bis zu sechs Zonen unabhängig bespielen. Kostet aber für sich genommen auch schon 1800 Euro. Ist also auch nicht so ganz günstig. Aber wie gesagt, es geht auch ein lokaler Rechner und einige Geräte haben auch einen Rune Core bereits integriert. Grundsätzlich unterstützt Rune Sample-Raten bis zu 768 kHz bei 32 Bit und DSD 512, also wirklich hoch aufgelöstes Audio und etabliert mit RAAT auch ein eigenes Netzwerkprotokoll, was eben die verfälschungsfreie und wirklich akkurate Übermittlung von High-Res-Audiodaten gewährleisten soll. Das heißt auch, Rune selbst funktioniert nicht über WLAN, sondern braucht immer eine stabile Netzwerkverbindung, weil sie sagen, nur dann ist eben diese stabile Verbindung gewährleistet. Die Endgeräte können dann durchaus trotzdem über WLAN eingebunden sein. Rune unterstützt mehrere Endgeräte, mehrere Zonen. Ihr könnt also mit eurer Library unterschiedliche Zonen in eurem Haus bespielen. Und zwar sowohl mit unterschiedlichem Material als auch mit dem gleichen Material zur gleichen Zeit. Ihr könnt pro Zone auf DSP-Funktionen zugreifen. Ihr könnt auch Time-Delays machen. Da gibt es einen sogenannten Party-Mode, dass man zum Beispiel sagt, wenn die Geräte unterschiedlich langsam reagieren, kann man das innerhalb von Rune ausgleichen, sodass es wirklich in allen Räumen die Musik auch gleichzeitig läuft. All solche Dinge sind möglich. Bei der Geräteauswahl müsst ihr so ein bisschen unterscheiden. Da gibt es sogenannte Rune-Ready-Geräte und es gibt Rune-Tested-Geräte. Die Rune-Tested-Geräte arbeiten mit Rune zusammen, aber nur die Rune-Ready-Geräte bieten den vollen Funktionsumfang, unter anderem mit dieser RAAT-Audio-Übertragung. Ist also quasi das volle Paket. Was die Organisation angeht von eurem Audiomaterial oder von euren Titeln, kann Rune wirklich mehr als die meisten anderen. Zum einen, wie gesagt, findet es einen Titel. Wenn er irgendwo verfügbar ist, findet es ihn garantiert. Es hat eine sehr, sehr, sehr ausgefuchste Suchfunktion, wo man ganz viele verschiedene Tags setzen kann. Es analysiert euer Nutzerverhalten und schlägt euch wirklich passend auch neue Musik vor, die zu euren Genres oder zu euren Lieblingsstücken passen. Und es hat sehr, sehr viel redaktionalen Kontakt. Also zu den einzelnen Stücken könnt ihr ganz viel Hintergrundinformationen nachlesen. Das wird auch ständig aktualisiert. Ist also von dem her, wenn jemand sehr viel unterschiedliche Musik hört und wenn jemand klassische Musik liebt oder Jazz liebt und viele Hintergrundinformationen haben möchte, ist das auf jeden Fall ein großes Argument für Rune. Das neueste Feature von Rune bedeutet ARC. Und mit ARC kann Rune eure lokale Musiksammlung tatsächlich auch auf Mobilgeräten verfügbar machen. Das ist also quasi so eine Art neue Technologie, wo der Rune-Server wieder raus ins Internet funkt. Da müsst ihr dazu natürlich, auch wenn ihr unterwegs seid, euren Rune-Core laufen haben und müsst auch auf euer Netzwerk einen Fernzugriff erlauben. Aber dann könnt ihr über ARC quasi, egal wo ihr seid, auf der ganzen Welt mit eurem Mobilgerät auf die komplette Rune-Sammlung zugreifen. Das ist also so ein ganz neues Rune-Feature. Ja, was bleibt unterm Strich? Unterm Strich bleibt eine ganz, ganz tolle, sehr umfangreiche Organisation eurer Musikbibliothek. Eine tolle Organisation von verschiedenen Zonen im Raum. Wer die nicht braucht, der braucht vielleicht Rune auch gar nicht. Es gibt ja auch genügend Geräte, die ihr Ereignisprotokoll haben. NAD hat zum Beispiel diese Bluesound-Geschichte an Bord. Das sind ähnliche Sachen, die weniger können als Rune, aber auch weniger kosten. Auf der Haben-Seite bei Rune steht dann noch die klangliche Optimierung und das ist naturgemäß ein bisschen schwierig zu beurteilen, wie viel die wirklich bringt, weil immer so viele andere Faktoren wie die ADDA-Wandlung und solche Sachen mit hineinspielen. Also mein neues Gerät, der Grimm MU2, der hat einen Nachteil, kann man wohl sagen. Er arbeitet nämlich mit einem integrierten Rune-Core und er arbeitet streamingmäßig auch nur mit Rune zusammen. Da hat man also wirklich laufende Kosten, nur um das Gerät zu betreiben. Er klingt aber unfassbar gut und ob das nur an der Wandlung liegt oder ob das auch an dem Rune-Core und der Rune-Verarbeitung liegt, kann ich wie gesagt nicht sagen. Deswegen die Frage an euch, hat von euch irgendjemand eine Methode zu testen, ob das gleiche Gerät, wenn es zum Beispiel Cubus oder Tidal direkt abspielt oder wenn Rune dazwischen ist, gibt es da einen Klangunterschied. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was ihr dazu zu sagen habt. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Soundfile